Neuschweden war ein schwedischer Handelsstützpunkt in Amerika am Unterlauf des Delaware. Das Gebiet von Neuschweden gehört heute zu den US-Bundesstaaten Delaware, New Jersey und Pennsylvania. Die Siedler waren meist Schweden und Finnen, aber auch Holländer und Norddeutsche. Die Kolonie existierte vom 29. März 1638 bis zum September 1655. Vorgeschichte Schweden war im 17. Jahrhundert eine regionale Großmacht im Ostseeraum. Neben Finnland gehörten strategisch und ökonomisch wichtige Teile der deutschen und baltischen Ostküste zu Schweden. 1623 oder 1624 kam der Kaufmann Wilhelm Uslings aus Antwerpen an den schwedischen Hof und machte dem Kanzler Ochsenstier nahe den Vorschlag, in Nordamerika eine schwedische Kolonie zu gründen, um den gewinnbringenden Handel mit Tabak und Pelzen nicht Frankreich und England zu überlassen. Uslings hatte als Protestant seine Heimat verlassen müssen und 1621 die holländische Westindische Kompanie gegründet. Da diese seine Forderungen jedoch nicht erfüllen wollte, hatte er sie wieder verlassen. Am 10. November 1624 erteilte König Gustav Adolf ihm das Patent zum Handel und zur Mission in Nordamerika für die Dauer von zwölf Jahren. Uslings gründete die schwedische Südseekompanie, die jedoch bald in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Auch die Verwicklung Schwedens in den Dreißigjährigen Krieg stoppte die Pläne zunächst. 1632 schien vorübergehend der Friede gekommen und Uslings nahm seine frühere Tätigkeit wieder auf. Auf dem Frankfurter Bundestag 1634 warb er mit seiner Schrift Argonautik Gustav Jana für sein Unternehmen. Der Kurfürst von Brandenburg zeigte sich zwar interessiert, der wieder aufflammende Krieg zerstörte Uslings Pläne jedoch endgültig. Gründung der Neuschweden-Kompanie Kanzler Ochsenstierner, der seit dem Tode Gustav Adolfs die Vormundschaft für die junge Königin Christine hatte, lernte 1635 in Den Haag den Kaufmann Samuel Blomert kennen, der bereits Land am Delaware besaß. Blomert lenkte das Interesse des Kanzlers von Guinea und Brasilien wieder nach Nordamerika. Er schlug Peter Menui aus Wesel als Leiter der Unternehmung vor. Menui hatte 1625 im Auftrag der WIC die Kolonie Neu-Niederlande am Hudson erweitert und war deren feester Gouverneur, musste aber die WIC 1632 aus unbekannten Gründen verlassen. 1636 kam Menui nach Schweden und unterbreitete dem Kanzler seine Pläne. Er schlug auch den Namen der Kolonie vor, Nova's Wäsche. Der Aktionsraum der Kompanie sollte von Neufundland bis Florida reichen und ihre Waren sollten zehn Jahre von Zöllen und Steuern befreit sein. Im Herbst 1636 setzte sich diese Idee gegen die schwedischen Guinea-Pläne durch, nicht zuletzt, weil die holländischen Kaufleute, zu denen sich Peter Spiering gesellte, die Hälfte des Kapitals stellten. Zur Umsetzung der Pläne wurde die Neu-Schweden-Kompanie gegründet. Landung an der Delaware Bay Menui bereitete die Expedition in Schweden vor, während Blomert in Holland erfahrene Seeleute suchte und für die Schiffsausrüstung sorgte. Zum Leiter der Expedition wurde Menui ernannt. Im Spätherbst 1637 stachen die Schiffe Kalmarneikel und Fagelgrip von Göteborg aus in See. An Bord befanden sich schwedische, finnische, deutsche und holländische Siedler. Im März 1638 erreichten sie die Westseite der Delaware Bay. Die von der Langseefahrt erschöpften Seeleute nannten den Landeplatz Paradioden. Den Delaware nannten sie N.Y.A.S.W. Ritchs 11. An der Einmündung des heutigen Brandywine-Krieg der Christianer 11 genannt wurde, errichteten sie das Fort Christina und den Hafen Christina Hahn. Die Kolonie wurde N.Y.A.S.W. Rhege genannt. Am 28. April erreichte die Nachricht den Gouverneur Wilhelm Kieft von Neu-Niederland. Am 7. Mai Jul, 17. Mai 1638, Gretsch, richtete er eine förmliche Protestnote an Menui, wonach der gesamte Delaware Teil von Neu-Niederland sei. Dieser Anspruch wurde von den bereits bestehenden Niederlassungen Fort Nassau und Zwanenthal abgeleitet. Menui ignorierte die Drohung, da er wusste, dass Neu-Niederland ohne Zustimmung der Generalstaaten keinen Krieg erklären durfte und Holland sich einen Konflikt mit Schweden zu dieser Zeit nicht leisten konnte. Außerdem betrachtete er den Anspruch auf die Westseite des Delaware als verfallen, da Zwanenthal wieder aufgegeben war. Nachdem er das Kommando seinem Schwager Henrik Heugens überlassen hatte, fuhr er mit der Kalmar Neikel zurück in Richtung Schweden. Kam aber bei einem Sturm ums Leben, Konsolidierung der Kolonie. Die Greipen trieb Handel an der nordamerikanischen Küste und in der Karibik. 1639 kehrte sie nach Schweden zurück. In diesem Jahr fuhr die Kalmar Neikel erneut in Richtung Neu-Schweden, diesmal mit überwiegend schwedischen und finnischen Siedlern. Teilweise Soldaten, die sich der Desertion oder anderer Vergehen schuldig gemacht hatten und mit ihren Familien als Gnade zwangsverschifft wurden. Am 17. April 1640 erreichte die zweite Expedition Neu-Schweden mit ihr der neue Gouverneur Peter Holländer. Holländer fuhr den Delaware aufwärts, um für das weitere Wachstum der Kolonieland von den Delaware-Waren zu kaufen und so die holländischen Ansprüche zu untergraben. Die Kalmar Neikel fuhr zurück nach Schweden, um neue Siedler zu werben. Da die desertierten Soldaten mit den Bedingungen schlecht zurecht kamen, wurden diesmal Finnen, die wegen Waldfriffel inhaftiert waren. Unter Hinweis auf Begnadigung zur Auswanderung bewegt erreichte die Kalmar Neikel Neu-Schweden zum dritten Mal. Mit dieser Expedition reiste auch der spätere Gouverneur Johann Prinz. Eine vierte Expedition mit den Schiffen Svanen und Pharma kam am 15. Februar 1643, diesmal waren Zwangsmaßnahmen nicht erforderlich. Die folgenden Expeditionen mit der Pharma 1644, der Chilnehajen 1646 und der Svanen 1647 sicherten endgültig die Überlebensfähigkeit der Kolonie. In den folgenden Jahren wuchs die Kolonie auf etwa 600 Siedler an und breitete sich flussaufwärts aus. Die Kolonie wurde nun in das Staatswesen eingebunden. Der Gouverneur wurde schwedischer Reichsbeamter, die Kolonie erhielt ein Budget aus der Staatskasse. Auch die Grenzen wurden genau festgelegt. Erster Gouverneur nach der neuen Ordnung wurde am 1. Januar 1643 Johann Prinz. Im selben Jahr wurde Fort NYA Elfsborg gegründet. Weitere Gründungen sind NYA Stockholm sowie Swedesboro. Auf der Insel NYA Gothenburg errichtete Prinz die neue Hauptstadt Prinzhof. Unter Gouverneur Prinz wuchsen die Spannungen zwischen den schwedischen, finnischen und deutschen Siedlern einerseits und den holländischen und englischen Siedlern andererseits, da den letzteren heimliche Loyalität für ihre Heimatländer unterstellt wurde. Der englische Kapitän Thomas Lamberton wurde unter dem Vorwand, er plane einen Indianeraufstand, von Prinz inhaftiert. Dadurch kam es zu diplomatischen Verwicklungen mit England und Holland. Konflikt mit den Holländern 1645 kaufte der Kommandant von Fort Nassau Andreas Hudde Land am Westhufer des Delaware und errichtete dort die holländischen Hoheitszeichen. Diese ließ Prinz durch Henrik Heugens wieder niederreißen. Heugens wurde daraufhin von Hudde inhaftiert. Prinz reagierte, indem er an wichtig gelegenen Punkten vorher errichtete, besonders an der Einmündung des Schuhekel, so Fort NYA Koscholm, Fort Mekoponaka und NYA Vasa. Dadurch beherrschten die Schweden den Fluss und das Hinterland. Prinz bewaffnete auch Indianer gegen die Holländer und vertrieb oder verfolgte holländische Siedler in Neuschweden. Am 27. Mai 1647 löste Peter Stuyvesant Kieft als Gouverneur von Neu-Niederlande ab. Nun standen sich zwei gleichermaßen erregbare und militärisch gewiefte Persönlichkeiten gegenüber. Stuyvesant war jedoch weit geschickter in diplomatischen Fragen. 1651 kam Stuyvesant an den Delaware, präsentierte Beweise für die holländischen Ansprüche und forderte Prinz auf. Die schwedischen Ansprüche ebenfalls zu beweisen, Prinz war kaum in der Lage, die Grenzen der Kolonie zu definieren. Trotz Prinz-Protest errichtete Stuyvesant nahe Fort Christina das Fort Casimir. Die Garnison in Fort Nassau wurde abgezogen und in das neue Fort verlegt Prinz legte den Streitfall dem schwedischen königlichen Gericht vor. Da der Fall aber verschleppt wurde, reiste er 1653 selbst nach Schweden, nachdem er seinen Schwiegersohn Johann Pape Goya als Vize-Gouverneur zurückgelassen hatte. Die Bemühungen von Prinz führten zu einem neu erwachten Interesse an der Übersee-Kolonie. Auf Betreiben von Axel Ochsenstiernas Sohn Erik wurde das Schiff Örnen ausgeschickt an Bord der neue Gouverneur Johann Klesen-Reising. Am 21. Mai Jul, 31. Mai 1654, direkt im Dreifaltigkeitssonntag, erreichte die Örnen Fort Casimir und nahm es unter Beschuss. Da den Verteidigern das Pulver ausgegangen war, wurde das Fort ohne Verluste erobert. Nach dem liturgischen Datum der Eroberung wurde es in Fort Trefaltiget umbenannt. Ende der schwedischen Herrschaft. Die Örnen kehrte im Juli 1654 nach Schweden zurück. Im September fuhr die Jilnehaien im Glauben, den Delaware erreicht zu haben, in den Hudson ein. Bei Manhattan wurde die Jilnehaien von Stuyvesant festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Holländer gerade mit den Engländern Frieden geschlossen. Die Regierung konnte somit fünf Kriegsschiffe nach Neu-Niederland schicken. Mit dieser Flotte eroberte Stuyvesant am 14. September 1655 Fort Casimir, Drefaltiget, zurück. Daraufhin wandte er sich gegen Timikum. Angesichts der Übermacht leisteten die meisten Schweden den Eid auf die holländische Oberhoheit. Ihnen wurde eine lokale Autonomie zugestanden. Sie durften ihren Besitz behalten und hatten ihre eigenen Kräfte zur Selbstverteidigung. Einige Schweden, die die Eidesleistung verweigerten, wurden nach Manhattan deportiert. Noch nach diesen Ereignissen stach die 10. schwedische Expedition mit dem Schiff Mercurius in See. Erst bei ihrem Eintreffen im März 1656 erfuhren sie die neue Sachlage. Fort Casimir erhielt zunächst seinen alten Namen, Fort Christina wurde zu Altona, die Delaware Bayer erhielt den Namen Bom-Pies-Höck. 1657 kamen drei Schiffe mit holländischen Siedlern an. Fort Casimir wurde unter Einbeziehung des Umlandes Neu-Amstel benannt und damit zur ersten Stadt im ehemaligen Neuschweden. Dieser Name wurde auch kurzzeitig zur Bezeichnung der Kolonie. Ende der holländischen Herrschaft 1659 brach eine Seuche unter den noch nicht akklimatisierten Bewohnern von Neu-Amstel aus. Viele Siedler verließen die Kolonie in Richtung Virginia, Maryland oder Manhattan. In dieser Lage machte der Gouverneur von Maryland, Lord Baltimore, Ansprüche auf den Delaware geltend. Die W.I.C. sah sich außerstande, die Kolonie zu verteidigen und übertrug sie am 22. Dezember 1663 an die Stadt Amsterdam. 1664 brach der Zweite Englisch-Niederländische Krieg aus. Der Djukov-Jork, der Bruder des englischen Königs und spätere König James II., rüstete eine Expedition gegen Neu-Niederlande aus. Am 9. September musste sich Neu-Amsterdam ergeben und wurde in New York umbenannt. Im Oktober wurde auch das vormalige Neuschweden erobert. Die Stadt Neu-Amstel wurde zu Newcastle. 1673 konnten die Holländer in einem weiteren Krieg gegen die Engländer kurz ihre Herrschaft wieder aufrichten. Mit dem Vertrag von Westminster vom 10. Februar 1674 wurde die englische Herrschaft wiederhergestellt. Weiteres Newcastle nennt sich First City of the First State. Da Delaware in der Reihenfolge der US-Bundesstaaten die Nummer 1 innehat und Newcastle auf dem heutigen Gebiet von Delaware als erste Stadt gegründet wurde. Neuschweden zeichnet sich durch die erste Antisklaverei-Proklamation Amerikas vom Juli 1654 aus, in der die Dauer, für die ein Sklave gehalten werden durfte, auf sechs Jahre begrenzt und ein Lohn festgesetzt wurde. Das bedeutendste Museum zum Thema ist das American Swedish Historical Museum in Philadelphia. Die Stadt Neuschwanse Vielen Dank.